Musik Erfolgreiche kasachische Deutsche Unternehmer, Geschäftsleute aus der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft präsentieren den Gästen aus Deutschland die Produkte ihrer Unternehmen. Die Regierungsdelegation unter der Leitung des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Dr. Bernd Fabritius besuchte im September diesen Jahres im Rahmen eines Arbeitsbesuchs die Agrarfirma Rodina und das Unternehmen Gold Product. Seit 1994 wird die Agrarfirma Rodina vom renommierten Kasachstan-Deutschen Ivan Sauer geführt. Der Unternehmenskomplex befindet sich im Bezirk Zelenokrat der Region Akmola. Rodina ist vor allem für seine natürlichen Milchprodukte bekannt. Im Durchschnitt werden von hier täglich etwa 40 Tonnen Milch, fermentierte Backmilch, Sauerrahm und Hüttenkäse in die Hauptstadt geliefert. Bei dem Besuch erwarteten die Gäste eine Exkursion und eine Verkostung von Produkten des Unternehmens. Die Agrarfirma Rodina ist eine der stabilsten Betriebe der Republik. Dank des Einsatzes moderner Technologien beteiligt sie sich erfolgreich an der Bildung des Nahrungsgürtels der Hauptstadt. Rodina erzeugt hochwertige Getreide, Fleisch, Milch, Obst und Gemüseprodukte. Im Vorland des Seiliski-Alatau-Gebirges lernten die Gäste die Gold Product AG kennen, das jedem Kasachstan unter den Marken Turgen und Turgen Weins bekannt ist. Das Unternehmen ist seit 1998 auf dem kasachischen Markt tätig. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Weinbau und der Weinproduktion. Begrüßt wurden die Gäste von Waldemar Wegelin, Aktionär der Aktiengesellschaft Gold Product, Vitelli Walkow, Direktor des Unternehmens PK Turgen und der Generaldirektorin Tatjana Kalachewskaja. Die Weinherstellung macht etwa 70% des Geschäfts der Gesellschaft Gold Product aus. Sie wird durch den Produktionskomplex Turgen und den Weinbetrieb Schellek repräsentiert, der zu den ältesten Weingütern Kasachstans gehört. Die Firma hat den Betrieb komplett restauriert und modern ausgestattet. Die Weinprodukte des Unternehmens werden unter der Marke Turgen produziert, entsprechend der geografischen Bezeichnung der Herkunft des Weines. Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass die Delegation am Arbeitsbesuch der Genehmigung des Jahresbudgets der Stiftung Wiedergeburt teilgenommen hat. Im Rahmen des Besuchs fand die 18. Sitzung der Kasachisch-Deutschen Zwischenstaatlichen Kommission für die in Kasachstan lebenden ethnischen Deutschen statt. Als Ergebnis des Treffens wurde ein gemeinsames Kommuniqué unterzeichnet. Ebenfalls in Nosultan fand im September die feierliche Eröffnung des Kasachisch-Deutschen Zentrums statt. Die Regierungsdelegation besuchte das Deutsche Haus und lernte die kulturell-ethnische Gesellschaft der Deutschen Wiedergeburt der Stadt Almaty kennen. Damit war der Besuch beendet. Wir hoffen, dass wir euch in Zukunft erneut über die Ergebnisse berichten können. Bis zum nächsten Mal!